Und die ganze Tür an sich steht unterhalb der... Ich hasse es, wenn das Licht ausgeht. Moin meine Lieben und willkommen hier bei der nächsten Folge zum nächsten Kuh-Check. Ja, ihr habt alle gefragt, warum dauert es so lange, bis ich dieses Fahrzeug endlich im Kuh-Check habe. Ich kann es euch selber nicht sagen, aber deswegen haben wir ihn jetzt hier, den IONIQ 5 und dann natürlich volle Hütte als Project 45. Den gucke ich mir jetzt mal ganz genau an, weil das Auto, was hier aussieht wie ein Prototyp, das kennt ihr ganz genau, der muss so aussehen. Und ob er qualitativ top ist, das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß dabei und bis jetzt gleich. So, wie immer fangen wir im vorderen Bereich des Fahrzeuges an. Ich gehe dann einmal im Uhrzeigersinn um das Fahrzeug herum. Dann gehe ich nochmal mit offenen Klappen um das Fahrzeug herum. Am Ende gucken wir das Fahrzeug von innen an. Normalerweise würde ich euch jetzt die Themen zeigen, die ich im vorderen Bereich gefunden habe. Die gibt es hier aber gar nicht. Also, der IONIQ 5 hat hier in dem ganzen Bereich komplett gerade Linien und so weiter. Und auch mein Lieblingstest, den kennt ihr jetzt vielleicht inzwischen, wenn ihr meine Videos guckt, das Öffnen des Abschleppösen-Deckels geht hier total easy. Also selbst das klappt hier beim IONIQ 5 hervorragend. Und insofern würde ich sagen, lasst uns gleich zur Seite gehen, weil hier vorne Spaltmaßtechnisch, Übergänge etc. Tipptopp, da gibt es gar nichts auszusetzen. So, also gehen wir dann gleich mal eben zur Seitensilhouette des Fahrzeuges. Und wenn man jetzt seitlich an dem IONIQ 5 vorbeigeht, dann fällt einem hier aufgrund der aufgesetzten Haube der Überstand hier in diesem Bereich des Kotflügels auf. Und das sieht ein bisschen strange aus, wenn man aus bestimmten Blickwinkeln drauf guckt. Macht aber alles auch Sinn in diesem Falle, weil wenn man von der Seite guckt, dann ergibt es einen schönen Bogen. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier ein Thema gefunden und das ist nämlich der senkrechte Verlauf des Kotflügels hier. Der ist ungleich, hat oberen Bereich 3,5 mm, geht auf bis 4,5 mm, wieder zu auf 4 mm, also 1 mm Diskrepanz. Das habe ich aufgeschrieben und was ganz ungewöhnlich ist, das habe ich euch schon mal erzählt. Das ist dieser schuppige Aufbau, der ist im vorderen Bereich auf jeden Fall vorhanden, aber ein bisschen zu vieles Guten. Wir reden hier tatsächlich von 1,5 mm Überstand bzw. Unterstand der Tür unter dem Kotflügel. So, im Weiteren hat der IONIQ 5 hier unten so eine Verkleidung, ein sogenanntes Cladding hier. Das erzeugt hier einen Spaltverlauf zu dem Blech, auch im hinteren Bereich und da ist der Spalt hier deutlich breiter. Und was dazu kommt ist, dass das hier im Bereich der Tür dann übersteht. Man kann auch hier ein bisschen reindrücken, dann so wird es gut sein, so steht es über. Auch das habe ich aufgeschrieben. Ist nur eine Kleinigkeit, aber sieht auch nicht schön aus, besonders weil es auf der linken Seite halt besser gemacht wurde. So, und wenn wir dann hier von dem Cladding Richtung Tür, hintere Seitenwand kommen, dann kennt ihr das schuppige Aufbau. Eigentlich sollte die Tür etwas über dem Seitenteil stehen. Das kann dazu führen, dass es in diesem Bereich einfach zu Schmutzentwicklung kommt, zum Beispiel Regenwasser, Sprühwasser und so weiter. Die sollte immer leicht etwas über dem Seitenteil stehen, tut sie hier nicht. Deswegen auch hier ein FK1, äh, FK3 natürlich. So, quadratisch, praktisch, gut. Das ist eigentlich der IONIQ 5, gerade aus dem Heckbereich, kennt man so ein bisschen damals vom Lunchier Delta vielleicht ein bisschen. Da sind wirklich ganz klare Linien. Die Königsfuge ein bisschen reingezogen nach innen, gibt einen schönen, absolut harmonischen und auch gleichmäßigen Verlauf. Also das ist alles tippitoppi eingefasst. Auch hier der Übergang zu der Lichtleiste hinten, zu den Leuchten und so weiter, da gibt es gar nichts zu meckern. Hier habe ich wirklich wenig gefunden. Das Einzige, was ich monieren möchte, ist, im unteren Bereich des Dachspoilers hier quillt an dieser Stelle die Gummidichtung ein bisschen raus. Das heißt, die soll wahrscheinlich so ein bisschen die Scheibe schützen, damit es da keine Kratzer gibt. Da haben sie es ein bisschen gut gemeint, die quillt raus. Kleiner Fehler, FK3. So, und sonst. Nix, 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 nix. Und somit gucken wir uns jetzt einfach mal die Türen an und klappen natürlich. So, also wir fangen bei der Vordertür rechts ist das an. Und hier fällt auf, hier ist so eine Abdeckung von der B-Säule und die ist im unteren Teil, also die ist grundsätzlich verklebt, im unteren Teil aber nicht richtig. Und wenn man eben hinhört, sie haftet nicht. Also, das FK3, weil optisch sieht man es nicht, aber wenn man es weiß. So, und der nächste Punkt, wir sind zwar nicht direkt im Innenraum, aber im Einstiegsbereich, das ist hier unten die Einstiegsleiste. Die ist hier nicht richtig verclipst, macht auch einen keiligen Spalt und ist, habt ihr gerade gehört, sofort ablösbar. Auch das ein kleiner Fehler, weil es so nicht auffällt, aber es ist halt vorhanden. So, und dann haben wir hier nix. Und an dem ganzen Heckklappenbereich auch gar nichts, das ist total sauber. Und wir kommen zur hinteren Tür. Und im Bereich dieser hinteren Tür, da haben wir hier so ganz hässliche Lackpickel, Schmutzeinschluss, ist auch ein bisschen scharfkantig. Und das ist auch dadurch, dass es eine Sichtkante ist, sage ich hier FK3. So, und dann haben wir die letzte Klappe, weil auch die Fahrertür hat gar nichts. Und das ist im Bereich hier dieser Kante, gerade bei weißen Fahrzeugen häufig zu finden, haben wir so einen Lackschmutzeinschluss hier genau auf der Kante. Da müssen wir jetzt mal in der Kameranahaufnahme gerade mal genau hingucken, ein bisschen Kontrast erhöht. Dann sieht man, glaube ich, das, also man fühlt es deutlich und auch in Natura sieht man es ziemlich deutlich, dass hier genau so eine kleine Schmutzeinschlusskante ist. Ein bisschen unsauber, ärgerlich, aber das war es auch schon, ist eine FK3, also jetzt nicht der Rede wert. Ist aber vorhanden. So, und somit war es das schon, was Tür und Klappen angeht. Wir gucken uns jetzt nochmal ganz schnell den Innenraum an, der grundsätzlich tippitoppi ist. Aber ein Thema, das möchte ich euch dann mal eben doch zeigen. So, und zwar möchte ich mit euch über das Thema Sitze reden. Das Thema Sitze beschäftigt mich ja jedes Mal eigentlich im Kuzeck. Und auch Kunstleder ist ein Naturprodukt, in diesem Falle aus recycelten PET-Flaschen, die man auch durchaus im Wald findet. Ja, und was fällt auf? Im Bereich der Sitzflanke am Beifahrersitz, am Fahrersitz, aber auch hinten an der Rücksitzbank ist es tatsächlich richtig wellig. Das fällt schon ein bisschen mehr auf als das, wo ich gesagt hätte, kann man drüber hinwegsehen. Insofern würde ich alle drei Bereiche jetzt hier zu einem FK3 nochmal zusammenschließen, einfach weil es sieht aus, als wenn es ein bisschen zu viel Material ist für zu wenig Futter. So, und das war es auch schon mit dem Innenraum des Ioniq 5. Der ist nämlich sonst an so einem tippitoppi, genau wie der Motorraum. Auch da ist nichts zu finden. Absolut gute Qualität, was der Ioniq 5 hier bietet. Kommen wir zu der Zusammenfassung des ganzen Themas hier. Also, was haben wir denn? Und ihr seht es mal eben in der Übersicht. Zweimal FK2 sind zehn Punkte, siebenmal die FK3 sind sieben Punkte, 17 Punkte in Summe. Das heißt, aufgrund dessen, dass er zwei FK2 hat, er landet einen Platz hinter dem Porsche Taycan 4S und noch mit den 17 Punkten dann vor dem Model 3 aus China in weiß, was 20 Punkte hatte. Und somit, muss ich sagen, bin ich hoch zufrieden mit dem Ioniq 5. Ich hoffe, euch hat die kleine Show hier ein bisschen gefallen. Wenn ihr zum Beispiel Fahrzeuge habt, mir fehlt noch unbedingt ein ID.4 und ein Skoda Enyaq, kommt auf mich zu. Wir machen hier in Berlin gerne den Check und dann heißt es auch beim nächsten Mal wieder, find den Fehler. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.